Hola was geht was geht was geht ein neues video und diesmal wieder ein vorschlag von euch nämlich elias mit jacob und co oder jacob und co bin ich sehr gespannt ist ja schon ein bisschen her dass er mir vorgeschlagen wurde ich versuche jetzt so ein bisschen die vorschläge einzubinden da wir ja jetzt oder da ich gerade ja das glück habe dass nicht so viele sachen rausgekommen sind kann sein dass ich wieder an vielen vorbeigegangen bin sage ich mal so deswegen falls ihr was vergessen habt gerne wieder reinschreiben ja aber jetzt gehen wir rein in elias sein schild ich glaube den mann kenne ich noch gar nicht ja ich glaube nicht wir gehen einfach mal rein let's go fängt stark an fängt fängt sehr stark an ich weiß ich muss ehrlich sagen ja also mir gefällt die stimme schon mal war die so schön die ist so geil schön zu dem beat sowieso extrem geil das ist so ein also der beat ist monströs weil der scheppert das ist sogar der real talk ey das ist ja wahnsinn bin ich ganz bei dir bin ich gerne fängt donald trump aber geil also die geile line schaut er hier wo raus ne also ich mag die line deshalb sag ich gottseidank ich weiß ich kling wie ein ami doch scheiß mal aus weißer haus und junge fängt donald trump das ist halt wirklich so so ein bisschen hört er sich wirklich an wie so ein ami das ist auch geil das ist so eine geile combo ich weiß ich war down guck jetzt bin ich ab wie kannst du mich sehen bitch ich bin on top ich bin on top ich bin on top bling bling tiktak du willst mich heute sehen say no more pull up ich weiß ich war down guck jetzt bin ich ab hau kannst du mich sehen bitch ich bin on top ey ich kam aus dem trap house heute steh ich in der schlange und wart auf mein cashout ey die geben keinen cent aus ich bin baller baby guck ching ching hol die racks raus mein set so wie mj was so rookie bitch ihr seid meine schüler ich bin sensei man merkt aber richtig ne diese adlips die der da reinpackt die die machen den song so flüssig ne ob das jetzt in der hook ist aber auch hier die ganze zeit die ganzen adlips die da reingekloppt werden boah 10 vor 10 und die leute gucken dumm aber wayne ich mach paper bitch ihr seid salty n y c baby wall street vergangenheit dunkler als storm si du willst baller baby dann call me ich bin champion bitch kein nominee ich bin zu fly für economy ey rest in peace mein nigger b.i.g. oh rest in peace i'm prodigy ich bin der champ champ wie aj fly wie ein schmetterling cash ist clay clay boss on deck und flow wie ak leute wollen beef doch jetzt ist payday jeder weiß ich hab die jacob ice out keiner hat was ich kann am mic rauf heute schau ich nicht mein preis beim einkauf came from nothing baby light so let's go let's go i saw jacob watch ach jacob watch ja klar ich wollte gerade sagen jetzt so ne jetzt ist das so ein bisschen lange gedauert aber trotzdem ja klar sind das nicht diese also was heißt jacob watch ne ist ja klar das sind ja die uhren aber ich muss auch ehrlich sagen ich bin in diesen in diesen in diesen uhren game so wenig drin ne sind das nicht diese extrem geilen teuren uhren die so wirklich die reichen reichen holen aber ah geil ich weiß ich war down guck jetzt bin ich ab ho kannst du mich sehn bitch ich bin on top ice out jacob watch bling bling bitch tic tac du willst mich heute sehn say no more pull up ich weiß ich war down guck jetzt bin ich ab ho kannst du mich sehn bitch ich bin on top bitch crazy also ich muss ehrlich sagen crazy ich hätte nicht mit sowas gerechnet keine ahnung ich weiß noch nicht mal mit was ich gerechnet habe aber das war crazy geil so weil wie gesagt der Beat das ist richtig geile Nummer gewesen und dann so Elias da drauf zu hören so mit dieser Stimme da drauf und dann dieser Flow und dann diese Adlibs die dazukommen die haben das so geil gemacht dass du dir das anhören willst und irgendwie gepusht wirst also es hat wirklich richtig geilen Sound muss ich ehrlich sagen kein Wunder dass mir das vorgeschlagen wurde deswegen nochmal hier an der Stelle vielen Dank für den Vorschlag feiere ich extrem wenn ihr noch paar Songs habt von Elias wo ihr denkt ey das könnte mir gefallen gerne reinschreiben vielleicht guckt ihr wählt mir auch irgendwann wieder was vorgeschlagen so auf YouTube ähm wir schauen einfach mal ist jetzt zuhause fand ich sehr sehr geil und äh bin gespannt was da noch kommt ich hoffe ihr auch dann sehen wir uns da nicht wieder sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal tschau 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 tschau